Du hast gehört, dass Bauchatmung gesund ist? Pustekuchen! Nur wenn das auch mit einer aktiven Zwerchfellatmung verbunden ist. Und zwar ist das nicht nur für Sängerinnen und Sänger oder Speaker und Speakerinnen interessant, sondern für jeden von uns im Alltag. Dein Zwerchfell ist wie eine Kuppel darin. Ich erzähle dir kurz von den Vorteilen dieser Zwerchfellatmung und zeige dir dann die gemütlichste Übung, die es für das Zwerchfell gibt. Wofür ist die Zwerchfellatmung gut? Für die Stressreduktion durch die Regulierung des Nervensystems, also von Kampf oder Flucht auf Verdauung, Erholung und Selbstheilung, Atemeffizienz und eine bessere Sauerstoffversorgung. Eine gute Zwerchfellatmung unterstützt die Verdauung so weit, dass dann auch die Nährstoffe besser aufgenommen werden können. Die Körperhaltung wird besser, denn das Zwerchfell ist auch Teil des Powerhauses. Kennst du vielleicht aus dem Pilates. Du hast gelassenere, angenehmere Emotionen, denn Flachatmer, die sind meistens sehr ängstlich. Zu guter Letzt, dein Schlaf wird besser, vor allem wenn du diese Zwerchfellatmung vor dem Einschlafen übst. Also jetzt mal zum Tool, was ich dir vorstellen will. Wärmeflasche. Die füllst du einfach mit sehr, sehr warmen Wasser, nur eben nicht kochend. Ja, also dass du dich da nicht verbrüßt. Dann mach ruhig ein Frotteehandtuch rum. Wenn du möchtest, kannst du natürlich auch ein Kirchkernkissen nehmen. Dann zeige ich dir jetzt die Übung. Und du legst dich hin auf den Rücken und legst dir diese Flasche auf deinen Solaplexus, also unterhalb des Schwertfortsatzes. Hier. Ja. Einatmen ist durch die Nase, ausatmen kannst du auch durch den Mund, wenn du das möchtest. Du atmest erst mal möglichst vollständig so viel aus wie es geht und lässt dabei auch alles gehen, was dich belastet. Und nun beginnst du. Einatmen. Die Lungen füllen sich. Drücken auf die Kuppel des Zwerchfells. Drücken es nach unten. Erweitert dann den Bauchraum nach außen und du spürst auch das große und kleine Becken. Und dann langsam ausatmen. Möglichst langsamer, als du eingeatmet hattest, sodass das Zwerchfell, sich wieder hebt. Die Zwerchfellkuppel geht wieder nach oben. Die Lungen leeren sich. Und du atmest möglichst viel aus. Du atmest noch mal durch die Nase ein. Füllst tief die Flügel der Lungen. Drückst das Zwerchfell dadurch nach unten. Der Bauchraum weitet sich. Und ausatmen. Der Bauch wird wieder zusammengeführt. Das Zwerchfell hebt sich wieder. Die Lungen leeren sich. Und jetzt nimmst du wieder durch die Nase einen tiefen Atemzug, der die Lungenflügel füllt. Und somit das Zwerchfell nach unten drückt in Richtung Bauch. Und der Bauchraum weitet sich. Und ausatmen. Du kannst dir auch vorstellen, dass du ein nasses Handtuch in deinem unteren Bauchraum ausfringst. So sehr atmest du aus. Und du wringst dir wirklich die Luft raus. Das Zwerchfell hebt sich. Die Lungen leeren sich. Und du atmest richtig, richtig gut und lange aus. Und jetzt kann sich deine Atmung wieder normalisieren. Schön wäre es, wenn du das öfter üben würdest. Also immer mindestens drei Zwerchfellatmungszüge. Wenn du andere Atemtechniken noch üben möchtest. Schau hier. Sei und bleibe entspannter leistungsfähig.